Moin seht ihr Füchser da draußen und willkommen zu Kimfuchsbau. Ich bin Herr Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu World of Warcraft Classic. Im letzten Mal haben wir uns hier ins Gasthaus begeben und ein bisschen geschlafen, um unsere Energieleiste hier aufzupumpen. Die ist nämlich jetzt so, wie man hier in der Ecke sieht, blau und deswegen kriegen wir jetzt doppelt so viele Erfahrungspunkte, bis halt unsere Erholung wieder abgeklungen ist und es wieder so lila wird. Deswegen lohnt es sich tatsächlich immer, am Ende unserer Aufnahmesession eben kurz so ein Haus hier zu gehen, so eine Raststätte, um sich zu erholen. In der Nähe des Gastwirts hier. Guten Morgen, guten Morgen. Ihr seht, es ist 6.57 Uhr. Wir haben gerade Samstag, den 31.08. Ich wollte eigentlich heute richtig heftig ausschlafen und ich war um 6.07 Uhr wach und dachte mir so, cool, egal, legst dich trotzdem wieder hin und ihr seht, es ist 6.57 Uhr. Viel länger hat es nicht gereicht. Viel länger ging nicht. Deswegen spielen wir jetzt World of Warcraft. Das ist auch die einzige Möglichkeit, World of Warcraft zu spielen, denn ich habe die ganze Woche versucht, nach der Arbeit neue Folgen aufzunehmen, aber du landest jeweils in der Warteschlange für, keine Ahnung, also ich war einmal Platz 13.800, da brauchte ich es nicht versuchen, also das wäre den Abend über nichts mehr geworden. Tag drauf war ich nicht ganz so schlimm, da war ich bei 5.400, dennoch für mal eben aufnehmen, no chance. Und morgens geht es halt immer, weil morgens sind nicht so viele Leute online. Ist schon ein bisschen krass, muss man sagen, also wie irre das ist. Momentan so, wenn man abends spielen wollte, da hätte man tatsächlich so per Fernwartung von der Arbeit aus seinen PC starten müssen, um sich dann schon mal in die Warteschlange einzureihen, damit man dann 6-7 Stunden später auf jeden Fall auch auf dem Server eingeloggt ist, um abends eine Runde WoW zu darren. Naja, man darf gespannt sein, wann sich die Situation etwas entschärft. Sie haben ja schon ein paar neue Server aufgemacht, weil sie gemerkt haben, jo doch, das wird nicht so gut. Wie gesagt, behauptet ihr, also die machen das halt so, so wenige Server und die Warteschlangenkiste von Anfang, weil sie halt nicht wollen, dass nach dem Ansturm an Anfang so viele leere Server existieren, aber ich denke mal, ein paar mehr hätten ruhig schon sein können. Aber gut, erholt. Ihr seid erholt, wenn ihr erholt seid, bekommt ihr einen temporären Erfahrungsbonus beim Töten von Monstern. So sieht das nämlich aus. So sieht das aus. Das Gute ist, jetzt auch mal Tag, ne, da können wir auch mal ein bisschen tagsüber hier arbeiten. Ich nehme mal eben noch ein paar Quests an. Du, äh, das Ausrufezeichen über deinem Kopf, ne? Gemeinsame Nutzung des Landes. Achso, nee, das hatten wir schon. Wir sehen uns wieder. Zwergenbudelei. Im Nordwesten bereiten Zwerge eine Grabungsstätte vor. Sie glauben, dass Geheimnisse in der Erde verborgen seien, und das stimmt auch. Dies ist jedoch kein Grund, das Land bei der Suche nach diesen Lehren auszuhöhlen und zu besudeln. Sammelt die Grabwerkzeuge der Zwerge ein, zerstört sie und kehrt mit dem zerbrochenen Werkzeugen der Zwerge zu mir zurück. Ihr könnt die Werkzeuge in einer Schmiede zerschlagen. Ihr findet eine in Thunder Bluff, aber jede Schmiede, sogar eine Schmiede im Zwergenlager eignet sich dazu. Sammelt fünf Ausgrabungsleiterhacken ein, zerschlagt die Ausgrabungsleiterhacken in einer Schmiede, um zerbrochene Werkzeuge zu erhalten. Bringt Bane Bloodhawk in Bloodhawk fünf zerbrochene Werkzeuge. Möge auch sie das bei dir tun. So, wir nehmen gleich mal alles an Quests an, wenn man schon mal da ist, was sollen wir denn mehrmals laufen, ne? Moin, guten Tag, Hakenwindtoten. Oh nein, jetzt kommen die Sturzflieger, Leute. Jetzt kommen die Sturzflieger, es ist wieder soweit mit morgen. Die Sturzflieger, ne, der Sturzflieger ist ein gewitzter Vogel, der schwer zu finden und zu jagen ist. Eine Sammlung Sturzflieger-Kiele ist ein Zeichen der Geschicklichkeit und Entschlossenheit eines Jägers. Wenn ihr gewillt seid, diese Aufgabe anzunehmen, zieht in die Ebene hinaus und jagt die Sturzflieger. Bringt mir ihre Kiele und macht euren Clan Ehre. Sturzflieger findet man überall in Morgor, aber ihr müsst sehr scharfe Augen haben, um sie zu entdecken. Und ihr braucht flinke Hufe, um sie zu fangen. Bringt Hakenwindtoten in Bloodhawk acht Trophäen. Sturzflieger Kiele. Okay. Ist schon mal kein lustiger Magen. Insofern, ich hab ne Hoffnung, Leute. Ich hab ne Hoffnung. So, wir genießen auch hier jetzt die Morgensonne. Ist das nicht schön, mal nicht in der Nacht rumzulaufen? Und machen uns mal dran. Es gibt wohl, ich hatte ja mal gefragt, ob es im Original auch schon dieses sich bewegende Gras gab. War wohl nämlich nicht so. Und es gibt wohl ne Möglichkeit zu sagen, ich möchte den klassischen Grafikstil haben. Ich war jetzt mal in der Grafikoption. Ich muss gestehen, ich hab den nicht gefunden. Kann mir einer mal beschreiben, wo ich das Ding genau finde oder wie das heißt. Ich bin da jetzt wirklich mal eben grad vor der Folge ein bisschen durchgefeiert, weil ich wollte mir mal den Unterschied anschauen. Ich finde jetzt ist erstmal okay. Also man kann wohl die Grafik mit Absicht noch ein bisschen runterschrauben, damit es wieder wie genau, also wie im Original aussieht. Könnte auch daran liegen, weil ich die ganzen Effekte und so halt auf Volldampf gedrämme. Es ist halt die neue Engine, muss man sagen, aber die alte Welt. Aber wenn das hier jetzt ein bisschen hübscher aussieht und das Gras sich bewegt, solange es die gleichen Modelle und Texturen wie damals sind, ist ja erstmal okay. So, hier haben wir wieder einen Präriewolf. Ihr seht, wir sind noch dabei. Aber ich wollte auch meine Donnerbüchse mal benutzen. Grüße gehen übrigens raus. Hau wir erstmal ein paar Präriewölfe in eh. Also zum Start ins Wochenende erstmal ein paar Präriewölfe kloppen. So und zwar, wir haben wohl schon eine Donnerbüchse. Ich muss mal in mein Charaktermenü gucken. Tatsächlich, wir haben schon eine alte Donnerbüchse. Ich dachte, wir hatten noch keine, aber wir haben eine. Das heißt, wir können auch den Quest, äh den Quest, Alter. Ist noch zu früh, Leute. Hier, 7 Uhr. 7 Uhr. Wir können also auch unsere Fernkampfattacke mal anwenden, um zum Beispiel diesen Erwachsenen Eber zu hauen. Bevor wir dann in das 1er Angriffsmuster übergehen und mit regulären Angriffen den Rest finishen. Mit Glück. Und dabei hoffentlich nicht drauf gehen. Mit Glück. Wir könnten mal stärkere Waffen gebrauchen, habe ich das Gefühl. Was Level sind wir denn aktuell? 6. Du brauchst jetzt nicht wegrennen. Das ist nett gemeint, aber tut nicht note, ne? Tut nicht note. So, dann gehe ich mal eben auf unsere Quest und verfolge auch mal den Rest. Ritus der Sicht geht nicht, aber das geht. Und Zwergenbudelei geht, okay. So, weiter geht's. Ebenenschreiterkrallen, ne? Fangen wir erstmal mit dem nächsten Präriewolf an. Oh, verfehlt. Richtig kacke gelaufen, ne? Aber der war ja auch weit weg, ne? Muss man ja sagen, der war ja auch weit weg. Ich drücke die ganze Zeit den falschen Knopf. Läuft bei mir. Mein Gehirn muss erstmal noch hochfahren. Was ist das viel so aggressiv? Du musst dich mal ein bisschen entspannen. Ah, jetzt geht das wieder los. Dieses schnell looten, wo man wieder Angst hat, dass da nichts drin ist, ne? Naja, mal gucken, ob das wieder boogelibugelibugelibu ist. Da kommen wir eben kurz heilen. Dann kümmern wir uns um den nächsten Erwachsenen-Ebene-Schreiter. Also der ist schon Level 7. Ich bin etwas in Sorge. Ihr seht übrigens, unsere Erholung von drei Tagen hat jetzt bis hierhin gereicht. Hier ist dann quasi der Marker. Ab da leveln wir dann wieder langsam weiter. Ist das nicht ein schönes Gefühl? Ah, der hat immerhin getroffen. Der hat auch getroffen. Jetzt vorbei. Aber immerhin, ein bisschen Fort-Damage, das kann im Zweifel der letzte Strohhalm sein, bevor man stirbt. Also insofern war auch nicht mal so verkehrt. Yeah! Du brauchst jetzt nicht wegrennen. Das hättest du wohl gerne. Alter, wie früh der auch schon losgerannt ist. Okay. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht aus Versehen in ein anderes Wesen hineinrennt. Wie zum Beispiel da vorne den Wolf oder so. Oder einen von diesen Sturzfliegern. Eben kurz mal ein Brot reinschüren. Ja, die, das Gros, aktuell so die Meinungen zu WoW Classic sind durchweg positiv. Also egal, was man so liest, alle freuen sich einfach, weil das Spiel wieder Spaß macht. Leveln hat wieder einen Sinn. Es ist nicht innerhalb von drei Wochen getan. Und man, man kann auch mal sterben. Es ist richtig herausfordernd und so. Also das Gros ist tatsächlich relativ glücklich darüber, mal wieder ein WoW zu spielen, wo man auch gefordert wird. Und nicht einfach nur in drei Wochen sich mit ein paar Level-Orten, Dungeons eben aufs Max-Level zieht, um dann Endgame-Content zu genießen. Sondern, dass auch die Reise dahin wieder einen Sinn hat. Mir persönlich bis jetzt gefällt es auch ganz gut. Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, wie weit wir es machen. Nachdem ich gehört habe, sechs Monate oder so bis zum Max-Level hat es mich dann doch ein bisschen abgeschreckt wieder. Aber mal schauen. Drei Monate haben wir auf jeden Fall schon mal bezahlt. Die müssen wir auch durchziehen. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Und dann gucken wir mal weiter. So. Jetzt wollen wir mal diesen Peri-Wolf ein bisschen mit Schrot durchleggern. Muss man eigentlich in der aktuellen WoW-Version noch Munition kaufen oder hat man die da einfach? Prima genug. Prima genug. Na komm schon Peri-Wolf. Geh drauf du. Ich brauche deine Tatsi. Jawoll. Pupp. Es ist mal wieder Zeit für ein Brot. Ein süßes, köstliches Brot. Erstmal Neischüren. Was macht unsere Tasche? Weg. Noch ist Platz. Weinfleisch. So. Okay. Dann legen wir mal los. Wie viel von diesen Kielen brauchen wir denn? Die sind Level 5. Das ist ja machbar. Das ist zu nah dran. Ui. Der kippt einem um. Deswegen heißt er wohl drahtiger Sturzflieger lässt uns hinab stürzen. Richtig fieser Möpp. Und dann. Immerhin Sturzflieger-Keel. Sleep. Wir können jetzt mal so einen Makro-Button bauen oder? Ich weiß gar nicht mehr wie das geht. Da. Makros. Neu. Was sieht denn aus wie Schlafen? Irgendein Symbol, das einen an Schlafen erinnert. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt, muss ich sagen. Hm. Oh. Oh Gott. Was nehmen wir denn mal fürs Schlafen? Tja. Ich weiß halt nicht. Ich weiß halt nicht. Du. Wir nehmen den da, weil das so traurig ist. Wo ist er denn jetzt hin? Wo ist der Traurige? Wo ist der Traurige? Wo ist der Traurige? Da. Sleep. Mach grob viel an den Moment. Hier gebe ich den Befehl ein. Sleep. Und hier kann ich den Namen ändern. Schlafen. Ah ja. Guck mal der Fuchs lernt wieder. So. Und Schlafen kann ich nämlich jetzt. Was ist das? Was? Aspekt des Affen. Schlafen können wir jetzt hier hinpacken. Da muss ich das hier jedes Mal eintippen. Weil das geht oft. Nach der Zeit geht einem das auch immer noch auf den Sack. So hier. Komm her du. Bums. Bums. Weil hier in der alten Version klappt das halt noch. Da ist Schlafen tatsächlich noch hilfreich, um sich eben schnell kurzfristig zu auch. Da müssen wir uns nicht jedes Mal ein Brot rein schüren, wenn es nur so ein bisschen Leben ist, dass wir wieder auffüllen wollen. Um beim nächsten Mob nicht drauf zu gehen. Bums. Immer munter drauf. Wir sind übrigens auch noch Vanilla. Ich habe noch gar keine Mods installiert. Aber danke und Grüße geht schon mal raus an diejenigen, die schon so fleißig kommentiert haben und Mods empfohlen haben. Kommen wir auch noch zu. Keine Sorge. Jetzt probieren wir es mal aus. Gucken wir mal wie das funktioniert. Eben hinschlafen. Oh. Kurz erholen. Das war noch Zeit. Da kannst du nicht hier einen Mob nach dem anderen wegknölzen. Da musst du zwischendurch auch mal kurz rasten. um vor allen Dingen am Anfang, wenn man noch so eine Wurst ist mit Kackausrüstung, um nicht sofort drauf zu gehen. Und dann nachher auch diese Gruppendungeon-Dinger. Da müssen wir wirklich eine Gruppe organisieren. Das geht nicht anders. Ich würde sagen, die sammle ich dann vermutlich. Und muss dann gucken, dass ich mir Leute ranhole. Da könnte man ja tatsächlich so Community-Events drauf machen. Wenn jemand zufälligerweise auch auf der Hordenseide hier ist und hier spielt. Gerne mal in die Kommentare schreiben und mich als Freund hinzufügen. Ich werde bestimmt bald Hilfe gebrauchen. Ach ja. Das gute WoW. Zack. Aber ihr seht schon, es hat sich vor allen Dingen zumindest morgens ein bisschen gelegt, was die Menge angeht. Wir werden natürlich in Zukunft nicht wieder nur morgens spielen. Das passt jetzt halt nur gerade, weil Wochenende ist und ich gerade tatsächlich nichts anderes vorhabe, außer morgens bei einem Morgenkaffee ein bisschen World of Warcraft zu spielen. Wie man das halt so macht, wenn man Wochenende hat. Na? Oh. Die Präriewolf-Quest, da sind wir ja immerhin relativ noch schon dran. Da müssen wir dann gleich das Totem generieren. Immer draufhauen, du. Immer feste draufhauen. So. Und wie unterbrochen? Nichts unterbrochen. Wo ist das Loot? Wo ist das köstliche, köstliche Loot? Naja. Wir wissen es nicht. Wir machen erstmal weiter. Da vorne ist wieder ein Wolf. Kommen sie. Kommen sie. Jo. Der kam sehr schnell. Ja, was ich auch noch gelernt habe, ist auf jeden Fall, dass wir, was das Kaufen von Fähigkeiten angeht, ein bisschen aufpassen müssen, uns ein bisschen zurückhalten müssen. Die Dinger sind wohl, also man hat wohl relativ stark Geldprobleme in dem Game, deswegen so Rüstung möglichst nicht kaufen. Und auch beim Händler wirklich nur die Fähigkeiten erwerben, die man auch nutzt. Das ist natürlich jetzt so die Sache. Ich hab ja mir noch nicht so Gedanken drüber gemacht. Also, wenn jemand nen guten Bild hat für WoW Classic und halt so'n Waldschrat hier, der primär mit Pat wahrscheinlich später arbeiten möchte, haut's mir gerne in die Kommentare rein. Das muss halt wirklich so relativ deppensicher sein. Erinnert euch so damals an meinen Death Knight, wo ich ja quasi, also das ging ja wunderbar, weil das war deppensicher. Grüße gehen nochmal raus an der Stelle an das Häschen für den netten Bild. Da, das war sogar Blaufuchs approved, muss man sagen. Da kam ich ja gut zu Rande. Und sowas in der Art jetzt hier für den Classic-Bereich. Hier ist ja alles noch ein bisschen komplexer. Ansonsten werde ich's einfach Freestyle mal versuchen. Wir können uns ja natürlich auch selber mal Gedanken drüber machen. Irgendwie, was schon klar ist, das Pat soll die Primärarbeit machen, damit wir uns im Background halten können. Bedeutet, wir müssen unseren Fernkampfkrams dann ein bisschen noch hochpushen, damit wir da dann auch unterstützen können. Das wird's wohl so sein, ne? Und dann muss man mal gucken, was an Fähigkeiten da diesem Spielstil entgegentragen. Und man braucht halt noch einen Notfallplan sozusagen, wenn man doch dann mal in Close Combat kommt. Also man kann halt nicht komplett die Fernkampfwurst sein, weil man immer mal in die Gelegenheit kommt, dass man zumindest entweder sich kurz wieder setzen muss, um abzuhauen. Das wäre natürlich eine Wahl, dass man, wenn das dann doch zum Nahkampf kommt, halt sagt, okay, komm, ich versuche einfach nur per Skill eben schnell aus dem Gefahrenbereich zu kommen und mich neu zu formieren. Eine Variante. Aber es gibt eigentlich halt auch immer die Momente, wo das Pat halt mal tot geht, also besiegt ist. Und dann muss man mal kurz schauen, ne? Wie's weitergeht. Also da müssen wir uns noch ein bisschen Gedanken drüber machen, aber noch sind wir nicht soweit. Ich glaube, erst ab Level 10 eröffnet sich überhaupt dieser Baum. Und im Gegensatz zu den anderen Displays gehen wir den dann auch wirklich mal durch. Dann gucken wir uns das auch mal an und so. Also wir wollen da ein bisschen tiefer jetzt in die Materie einsteigen, sonst habe ich hier einfach nur geskillt, was geht und fertig. Stumpf nach Vorlage. Diesmal gucken wir uns das auch wirklich ein bisschen an, ne? So. Sind wir fertig mit unserem einen Quest? Ich habe das Gefühl, ja. Vergiftetes Wasser. Ne, aber er wird nicht mehr verfolgt. Why not? Ich kann nur drei verfolgen, oder was? Da unten. So. Und natürlich sind wir noch nicht fertig. Ich habe mich doch auch gewundert. So schnell geht das doch hier nicht. Eben mit unserer Donnerbüchse wieder drauf ballern. Zack, komm her, du Präriewolf. Ja, ja. Das schon genau gesehen. Munter mein Freund, munter. BING! Parieren! Ja! Ja, los feste drauf und zack, alles klar. Präriewolf besiegt. Ja, Pfoten an Präriewolf sind wir jetzt fertig. Das heißt, jetzt müssen wir mit Ebenenschreitern primär weitermachen. Oh, Level 7. Das könnte eklig werden. Kurz hinlegen. Ganz kurz entspannen, damit wir uns auf diesen Level 7 da vorbereiten. Aber das sollten wir hinkriegen, du. Das muss eigentlich gehen. Wenn wir jetzt hier auf Distanz wieder mit unserer Donnerbüchse vorarbeiten. Und nicht die ganze Zeit daneben ballern. Ja, los komm. Noch einmal, noch einmal, noch einmal. Ja, guck mal. Drei Schuss. Doch geht was. Du brauchst jetzt nicht abhauen, Jung. Das lassen wir mal schön sein. Genau. Ich wollte was sagen, ne? Zack. Ah, gesprungene Eierschale. Schau dir. Hat noch nicht gereicht, aber wieder kurz schlafen, du. Eben kurz erholen. Schon mal das nächste Ziel ausmachen. Ich habe hier irgendwo wieder so einen Rumeiernden gesehen, aber... Da ist auch der nächste Ebenenschreiter nochmal Level 7. Aber wir kommen nah ans Level 7 ran, langsam. Aber es ist schon ein bisschen frustrierend, dass unser Bonus-Erholungskram gleich vorbei ist, ne? Das ist nicht mehr weit. Ein Monster, würde ich noch sagen. Und dann, naja, an den Anfangslevel ist das noch nicht so... so spürbar. Das wird noch besser. Also später werden die Level halt länger werden, und man mehr Erfahrungspunkte braucht. Da ist das schon sinnig, jeden Boost mitzunehmen, den man kriegen kann, ne? Ja, moin! Oha, und alles gut, entspann dich! Musst dich entspannen! Ja, ist doch gut, ist doch gut! Wir machen immer noch den kleinen Ebenenschreiter zu klumpen, und dann ist auch vorbei! Oh, du brauchst jetzt nicht wegrennen! Jung, wirklich, das tut doch nicht, Node! Das ist gut! Das muss stehen! So ist fein! Ihr fühlt euch normal! Ja, so fühlt sich das auch an. Juli, den Quest haben wir fertig! Wir machen jetzt eben kurz hier einen Break, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe ihr soweit ein beiden Spaß! Wenn euch das ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch eine Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten, und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Paar wieder. Bis dahin euch, viel Spaß beim Zocken, tschüss, euer Blaufuchs! Bis dahin!